So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, äh, zu Minecraft, zu, für mich und, ach du scheiß, was machst du da? Ich hab nichts gemacht! Jetzt fehlt uns bei uns das Haus, ähm, das war jetzt nicht gerade so geplant, äh, ja, wir haben gerade unser Haus verloren. Nein, nur die Wand. Und die Hähnchen. Meine armen Hähnchen. Ja, die laufen jetzt gerade alle weg. Das macht nichts. Wären eh gegessen. Ja, aber jetzt, ähm, ist die ganze Farm kaputt. Oh je, zum Glück hast du unser Bett nicht erwischt. Hehehe, das sieht geil aus. Was soll das denn jetzt? Also das mit deinem Namensschiff würde jetzt mich echt mal interessieren. Ja, keine Ahnung. Will auch so. So. Äh, wie, hast du noch Zäune? Die sind in der Mauer, äh, hast du alles raus? Ja, die meisten Dinge. Nein, nein. Du kriegst dich alles? Ich bin ne, äh, Creeper. Ja, haben wir denn noch Zäune? Nein, wenn du alles in der Truhe hattest, dann nicht mehr. Ihr habt doch gesagt, alles in der Truhe ist drin. Ja, dann hör dir das Video nach mal an und dann sag mir immer noch mal, ob das logisch war. Nochmal von vorne, alles was in der Truhe ist, ist alles was wir haben. Ein Sound fehlt noch. Die Viecher laufen im Hausraum her jetzt. Da kann doch eh nix dafür. Ich wollte gerade diesen Baum anmachen. Aber da war ein Creeper und ein Baum. Äh, du hast mir die ganzen Dinge weggesprungen. Hab ich gar nicht. Ich bin weggelaufen, ich bin hängdreggelaufen, aber du bist noch weiter vorne gestanden. Nein, der Creeper hat dich gesehen und ist deswegen nicht gegangen. Ja, aber ich bin extra weggelaufen, aber weil du noch nah dran gehst, hast du nicht gemacht. Das ist scheißegal, der hatte dich im Visier, weil ich kann einen Creeper von hinten angreifen, der dich im Visier hat und der macht nicht Bum. Ja, weil er dich auch nicht von hinten zieht. Nein, der legt sich den auch nicht um. Ich konnte nicht mehr da hinterlaufen, da war ne Wand. Ich weiß, da konnte ich nix mehr machen. Ohne Fensterscheiben, ähm, ja, fehlt da halt einiges. So, aber jetzt nochmal, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Äh, zu Minecraft zwischen mir, Erdshadow und, äh, ein Eiswolf. Äh, ist Creung. Wie um so ein Schwänchen in einem Auto oder so. So, heute hatten wir eigentlich mal schauen, was wollten wir denn jetzt hier noch machen. Ich hab eine Höhle gesehen, da würde ich jetzt auch weitermachen, wenn es mal wieder hell werden würde. Ich geh meine, wenn ich alles hab. Komm, wir gehen mal kurz eine Runde pennen. Warte, ich muss ernten. Was ist das Zeug da? Wir gehen jetzt eine Runde pennen. Lass mich doch hier. Komm doch gleich. Hopp, ins Bett. Du kannst nicht schlafen, wenn die Monster in der Nähe sind. Ja, das stand vorher. Und da war halt der Creeper vorm Fenster. Ja, wir warten jetzt mal hier. So, jetzt haben wir's Tag. Wunderbar. Wir gehen dann auch gleich mal in die Höhle. Da ist ein Schaf, das uns voll belädt. Was willst du denn? Welche Höhle? Ich geh jetzt in eine Höhle, die ich kann ab. Habe ich denn überhaupt Werkzeug dabei? Ich hab keins. Doch, ich hab hier ein, äh, äh, hier Dings, Enderman. Ich könnte ja cheaten, aber ich mach es nicht. Geht, wird hier nicht. Wird alles per Hand aufgebaut, abgerissen und sonst irgendwas. Das macht ja keinen Spaß. Schiepen macht keinen Spaß. Nur wenn man Langeweile hat. So, irgendwo hier war die Höhle. Was glaub ich das? Sieht alles so anders aus. Hä? Wo ist jetzt mein Zeug hin? Du bist nicht beim Strand angekommen. Ey, ich glaub's nicht. Das Spiel hat gerade eben... Ich bin gar nicht mit dem Spiel zufrieden. Meine... PS, PS... Wie heißt das Zeug? Ich hab gerade mal neun. Ach. Also zumindest hab ich Schweinchen gefunden. Ich hab gerade Holz in der Hand gehabt und jetzt ist es weg. Ich wollte gerade daraus was machen. Ja, am Boden liegt aber kein Holz. Oh, oh. Der guckt mich besser an. Geht der ohne. Der macht komische Geräusche. Oh, hallo, Kripo. Ich wollte dich nicht angucken. Die machen viel so schnell rum. So. Hier sieht man jetzt... Die Höhle hab ich hier gefunden. Sieht erstmal nicht so viel groß und gefährlich aus und so. Aber... Das ist ja gerade mal nur die Oberfläche. So, fangen wir hier noch ne Fackel hin. Wollen wir mal weiter runter gucken. Äh, wo ist das? Der Eingang gewesen? Die muss ich da jetzt runter. Der ist mal hier zugemacht. Rein oder rauskommt. So. Gehen wir mal tiefer. Bis hier hin war ich schon mal. Und weiter wollte ich den auch nicht mehr. Doch, da ist sogar ein Creeper. Der explodiert, was ich hier lebt. Also, irgendwas verlangst du dein PC gerade. Was? Oh, nee. Hallo, Schatzi. Was du machen? Oh ja, weg ist er. Äh. Ich habe also gerade einen Creeper verjagt. Äh, beziehungsweise der hat sich in der Luft gesprengt. Mein Freund war gerade neben mir. Und ich hab den gerade fast angeguckt. Hier, ich hab ihn angeguckt. Der hat ganz böse zurückgeknarrt. Dann bin ich mal ganz schnell reingegangen. So, jetzt geht's sogar noch tiefer, oder? Ja, über die Dichte. Ups. So, da kommt ein Creeper hoch. Macht Ganty jetzt eh wieder gleich wieder bumm. Sag ich doch. Na, die facken gleich mal mit ihm. Der hat sich in die Luft gesprengt und hat die Facken mit ihm. Eisen kann man immer noch gut gebrauchen hier. Da unten ist meine Facken. So, hab ich gleich mal wieder eingesammelt. Ey, hier hat's ja viel Eisen. So, hab ich gleich von Beginn an reingehen sollen. Also mein Ping ist gerade bei 8 und bei 10. Das war letztes Mal nicht. Also irgendwas schafft er schon wieder. Keine Ahnung. Ich glaube, ich kann halt gar nicht spielen. Da hinten sind Zombies in einer Reihe. Hey, da bin ich doch auch schon mal hergekommen. Oder was? Ist das dein Weg? Nee. Mal gucken. Hast du zufälligerweise schon eine Höhle entdeckt, ihr habt? Da fragst du mich mal. Das hier. Nee, das ist glaube ich mein Weg. Ja, das ist der andere Weg, Eingang von der Höhle gewesen. Mit der ganzen Menge Kohle. Und hier ging der andere Weg runter. Ja, okay. Ich hab jetzt eine Gemeinsamkeit von der Höhle entdeckt. Gut, 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 gut. Ich brauche erstmal Kohle ab. Achso, ich wollte hier doch eine Türe reinmachen. Ach, egal. Und da war die Spitzhacke kaputt. Gut, dass wir immer einen Ersatz haben. So, wunderbar. Eingang mit Fledermaus. Geifen. Fledermaus! So schnell. Das ist Musik in meinen Ohren. Gleich mal abhacken hier. Ich mach mal gleich bei mir Stopp. Das ist Musik in den Moment. Vielen Dank.